Moin moin und da sind wir wieder zurück. Indem ich mich von der Beule mit dem Zauberfall erholt habe. Oh, der kann schon Aua machen, die Sohle. Äh, der 122%. Habt ihr auch was gemacht? Nö, ich chill hier nur rum, verdammt. Später haben wir noch ganze 30 Sekunden, gerade so. Ey, wenn unsere Truppen so schlecht sind, da freut man sich, wie haben wir das überhaupt eingenommen. Wieso? Ich meine jetzt nicht die anderen Spieler, sondern, äh, die Regionsvoren. Ja, die machen AB gar nichts. Nö. Stehen nur so rum. Eine Minute noch, dann haut sie ab. Eine Minute noch, dann haut sie ab. record, seh das ist eine ganze Menge an. Ich glaube, ich kann euch das jetzt zum den Mal sehen. Begräuchte sich noch mal. Ich bin ein sehr schwer zu sein. Ich bin ein sehr schwer zu sein. Und dann bin ich das jetzt zugeben. Ich bin ein wenig eingeladen. In der Berlin, ich bin ein sehr schwer zu sein, weil ich dich nichtанию bin. Gehen wir mit Fallschirmen runter. So, da sind sie weg. Ah, sogar. So, Bomber. Ruhe. Ah, ich komme auch hier hoch ohne. Warum treffe ich den nicht? Ich auch gerade nicht. Ui, erschlackt Mücken. Ja, habe ich auch gerade gekriegt. Echt? Ja. Hm. Den treffe ich wieder nicht hier. Ja. Jetzt. Jetzt. Zum Teil schon komisch. Ja. 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 Ja, den treffe ich auch nicht. Krass. Das. Genau, es lässt sich auch so schlecht von hier oben zielen. Ich fühle mich erneuert. Ja. Okay. 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 Yeah, geschafft. Schlagt Mücken. Minen. Der ist oben im Bleifußdorf. Begriffen? Das ist wertvoll. Passieren. Irgendwann drüber ab. Weg. Das wird gerade angegriffen. Bleifußdorf. Na dann. Vor den Minen. Könnte ja sein, dass das mal klappt. Lebe ich das noch auf meine alten Tage. Ja, aber wir hatten den doch schon mal. Ja. Ne, oder? Ob ich jetzt selber. Das weiß ich auch nicht, aber. Ich habe schon den Zustand erlebt, dass es geschafft wurde, aber da habe ich dann diesen Angriff hier nicht mitgekriegt. Vielleicht ist das der Grund, ich war nicht dabei. Was ich will. Boah. Hehehe. ne, oder? Keine Gnade für die Spachen. So, hier haben wir diese Ulle Ische. 6 Minuten Das ist eine relativ gute Zeit, wenn sie jetzt schon hier ist Na los doch! Hält Oh Ich bin mir echt nicht sicher, ob man alles erstmal Kopien sind oder ob man schon vorher die richtige finden kann Hey, wieder aufgeteilt Müssen ihre Spiegelbilder erst weg, bevor ihr Schutz weg ist? Ne, das kann nicht sein Ok, wie es aussieht kann man aber vorher schon die richtige finden Blöde ist ja nur, dass der Fokus immer weg geht, ne? Ja, wenn die sich wegportet Ja, also Target Und der Special Action Keyler geht auch nicht bei ihr 158 50 158 208 208 218 228 238 da war es oder ja jetzt müssen wir noch den punkt halten das kommt dann ja auch noch also ich glaube da haben wir auch noch bekommen aber den punkt halten das hat er nicht mehr geklappt oder so ja das ist dann auch noch das reicht dem spiel nicht zu sagen wie ihr habt den der fixen gegner so haben wir haben wir ja sehr schön ich bin so stolz auf uns jetzt ist der armen gerettet hier irgendwas drin eine truhe würde zum gegner passen haben wir jetzt alles jetzt kommen wir wahrscheinlich wieder verteidigung und und dann die die endkarte hier die wolfskreuzung genau und da muss man irgendwie trams noch machen und danach ist wie so ein champion wieder in der wüste wurde dann von der anderen seite rennt auch einer los wenn die von beiden seiten los ja wird sterben die schön oh überfall Toll. Oh, that's not fun, I thought. What comfort? so zu euch rüber geflogen warst du beim leuchtturm nicht ich habe hier alter ich weiß ich habe die map ein bisschen erkundet ja ja etwas die aussicht genossen so mit dem charakter sie noch nicht mehr genau das ist nicht immer der charme in dem du mit deiner tochter willst du da nicht blöde spiel ich alles immer was ich brauche zirken ja ich meine entele hat schon ewig ja 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 gibt es hier einen timer wann was ist so, wann was los geht oder ist das keine Ahnung, ah jetzt läuft sie ein Stückchen weiter oh den schlimmsten gegner besiegt die hirschkuh wenn du davon 100 besiegst hast du auch einen erfolg ja ich hoffe mit beherrschungspunkt ja 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 klachtermeister oder was ja sowas die der charme antal da was ist denn das sondermission, tötet die herde das 100 feindsägelige wildtiere habe ich 79 verwundert wobei man sie ja selbst erst feindselig macht auch hier haben wir wieder diese stahlschuss es gibt anscheinend ein boss panzer immer mal wieder nicht special action key dieses portal hätte ich nicht nutzen sollen wo bringt sich hin um den berg oh jetzt wird er abgeholt jetzt brauchen wir glaube ich das portal oder würde das sinn machen ich weiß nicht auch da oben ist diese wischwasch find das schön wenn der panzer dann auf einem rum tänzelt ok schauen wir mal dass wir die und schrieb ein bisschen klein kriegen ist er tot? wahrscheinlich nur weg wechsel immer wieder zwischen panzer und 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 der abgeholt nicht da und zwar der bombardiert von oben der mit schwarze und einer geschobst und immerhin runtergeschobst ich selbst runter geschmissen auf dort Leben wieder. 6, 5. Unfall und zwar. Wir sind wieder hoch. Wohin? Wie die Zecken, wie sich alle da drauf werfen. 3, 2, 1. Ganz viele tot. Und zu viele Spieler beleben wieder. Es hängt Vision, Niqabaran, Ronan an. So, wer ist denn jetzt der letzte? Achso. Jetzt müssen wir diesen Cop da. Wo ist er denn? Ja. Da hängen welche dran. Schön, wie ihr die Spiele mitnehmt. Ja. Ja, Baby. In Guarnesewaldküste Geheimnislage errichtet. Okay. Wir machen jetzt mal einen kurzen Cut und sind sofort wieder da. Bis denn. Ciao, ciao. Tschüss, ciao.